Oh nein, ich muss noch drauf klopfen. Sankt. Ja, wie der Techniker. Okay, also 33 Minuten gehen wir. Das heißt, es geht sich gut aus. Also ich klasse. Läuft die wieder, ja? Hast du das Ding hergestellt? Ja, hab ich auch. Ich war ja. Du stehst vor der Kneipe. Nein, ich bin nach ihm hintergerufen, aber ich stelle mich zur Tür hin. Ja. Seht ihr Stiegen rauf? Nein. Dann lehne ich mich schon die Wand daneben. Cool, geil. Genau, und warte, dass du da bist. Das Trautman kommt, um gemeinsam reinzugehen. Alles klar. Ich hänge mein Pferd neben Trott. Mit meinen Seiten am Arm. Und... Nehme aber die Messen... Nehme aber die Taschen und so weiter. Okay. Weil ich... Weil ich... Weil ich... Ich sehe ja, wie du die Leute anschaust. Und es fällt mir schon auf. Aber ich sage nichts, weil ich so nicht viel besser bin. Ja. Das ist immerhin keine. Das war eine positive Sache, ne? Ja. Da, wenn du mir ist, gehe ich einmal zuerst da ran. Gut. Damit traut man sich aufschließt zu mir, dann gehe ich vor. Ja. Ich schließe mich auf. Alles klar. Und ich folge in einem Abstand von zwei Metern. Geh geradeaus auf die Theke zu, ohne irgendwas anderes bei einem Blick zu würdigen. Ne Bullshit. Okay. Da ist sehr viel los in der Kneipe auch. Ja. Ich drücke mich auf den Fikur von der Fikur hin. Ja. Den Zwölfen zum Gruße. Was kann ich für euch tun? Den Zwölfen zum Gruße? Ähm... Natürlich. Ich bin ja nicht nur deswegen hier, aber ich bräuchte Informationen hauptsächlich. Okay. Ups. Ich habe leider ein sehr schlechtes Gedächtnis. Haben Sie eine Frau? Das geht Sie nichts an, Entschuldigung. Keine Sorge, ich bin auch eine Frau. Ich habe nichts vor, Sie mit draußen zu sparen. Ich bin auch eine Frau. Doch. Ich habe eine Tochter, falls Sie das interessieren. Aber... Ah, hat ein besseres Gedächtnis als Sie. Ah, das hab ich vergessen. Wollen Sie noch mehr Kohle oder mehr Koppen? Ähm... Herr Wirth. Bitte. Angenommen. Ja. Ich würde mir hier etwas zu trinken bestellen. Sehr gerne, ja. Wäre dann Ihr Gedächtnis besser? Das würde sicherlich helfen, ja. Okay. Ich verdrehe dich an. Was kostet denn jetzt, was ist das Billigste? Was ist das Billigste? Ich schaue mich um, ob ein Tisch frei ist. Ganz hinten in der Ecke ist das frei, ja. Wo wir uns alle ausgeben. Okay. Und da sind dann drei Plätze. Das Billigste. Das ist auch kein Problem. Nein. Nein, nein. Alles frei. Also, der Tisch ist so frei, dass ich eigentlich kein Schwarz habe. Ähm... Dann sage ich zu ihm. Er soll das regeln, dass ich mein Getränk mitnehmen. Nein, Moment. Stopp. Stopp, stopp. Also, ich habe ja kein Geld. Du musst ihn anladen. Oh mein Gott. Gar kein Geld. Ich sage... Nein, ich sage trotzdem zu Dierks. Okay. Regel du das mit den Getränken und den Infos. Ich warte da hinten in der Ecke ist ein Tisch frei. Da halte ich uns frei. Gut. Ich wende mich... Okay. Ja. Ich geh weg. Okay. Nein, ich bin einverstanden. Ist Markus? Äh... Nostromo. 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 Ich schreibe ich mich jetzt auf. Nostromo ist... Ist... Bist du schon... Ich wende mich. Ist ja schon... Ja, steht. Ja. Ich wende mich... Also, ja. Ähm. Hast du noch Geld? Ich roll auch mit Augen zum Totman. Nein. Ich hab's zum Wirt geholt, ja. Ich roll's zum Totman. Ähm. Gehe ihn jetzt in Dresden. Ähm. Und hol mein Geld raus. Okay. Also, ich komm auch schnell mitnehmen und frage den Wirt. Den Zwölfen zu groß, ja. Den Zwölfen zu groß, ja. Ähm. Ist ja, der Herr Wirt, ja. Wie viel kostet das sein Bier? Erzähl uns mal. Nein. Habe ich vergessen. Eine lange Geschichte, ich lerne vergessen. Ein Bier bekommen Sie bereits für 10 Heller. 10 Heller. 10 Heller. 10 Heller. Ähm. Ich leg... Also... Ähm... 30... Ähm... Heller auf den Tisch. Und die geben so zu. Vielen Dank, mein Herr. Also, drei Bier. Ja. Hier sind Ihre drei Bier. Ja. Okay. Ich geb... Euch beide ein Bier. Und geh zum Tisch. Also, ich kauf mir auch ein Bier. Du hast von ihm grad ein Bier. Ich hab grad drei Bier zahlt. Und halt... Euch beiden stell ich jetzt hin und geh zum Tisch hin. Ach so, ihm hast du ja keins kauft? Nein, ich mag ihn nicht. Ja, mag ihn nicht. Nice, danke. Ich geb ihr ein Bier. Also, ich mein Bier geb ich ihr. Ja. Traut mir in der Auflässer. Dann hast du keinen. Ja, ich brauch mir auch keinen. Ach so. Wirklich nicht? Nein. Ähm. Kannst du ihn noch jetzt kaufen? Nein, ich weiß nicht, das ist ja kein Geld aber eigentlich nicht. Nur so als generelle Information. Wir haben jetzt das Kauft. Wollen wir wieder fragen, was für Informationen es ist, nachdem wir das Bier gekauft haben? Deswegen kann man es eigentlich kaufen. Auf jeden Fall muss man 30 Heller bei dir. Ja, okay. Pass auf. Ja, ich... Wenn er auch... Bringt er alle drei Bier zum Tisch? Ich geb euch beiden noch am Tresen das Bier und ich geh mit einem zum Tisch. Okay. Du glaubst, kannst dich einfach so hinsetzen mit einem Bier? Ja. Ja stimmt. Ich glaube, er bringt einen Tütt. Also, ich geh hin und... Also, ich geh auch zum Tisch, gebe ihr ein Bier. Nein, ich setz mich auch bei von ihr. Ja? Mhm. Und geh wieder zurück zum Tisch. Vier Heller. Heller zum Tresen. Drei Heller war so? Ja, 30 Heller. 30 Heller. 30 Silberstücke. Aber gut, ich geh auch zum Tisch. Ich schau ein bisschen verdutzt, was Traut mir in der Macht. Aber... Was traut er sich da? Aber... Hebe meine Stimme nicht. Okay. Okay, gut. Ich bin wieder beim Tresen. Richtig. Gut. Herr Wirth. Ja, bitte. Wir haben jetzt drei Biere gekauft. Ja. Ich hoffe sehr, dass euer Gedächtnis jetzt besser ist. Oh ja. Okay. Kommt drauf an, welche Informationen sie denn wünschen. Müsst du uns den Namen wissen? Hm. Wisst ihr etwas von einer miribarmen Magierin? Wissen sie zufällig, wo ich sie finden könnte? Oder kennt ihr jemanden, der sie kennt, der sie finden könnte? Tatsächlich hält sie sich oft in meinem Lokal auf. Aber ich hab sie schon seit bestimmt einem halben Jahr nicht mehr gesehen. So lang. Habt ihr noch irgendwelche Informationen bezüglich Milbern? Hm. Wisst ihr, wo ich sie finden könnte? Die wohnt hier irgendwo in der Nähe auf jeden Fall. Aber mehr lässt mein Gedächtnis gerade leider nicht zu. Ich rufe Nostromo. Nostromo? Ich brauch noch ein Bier. Ähm. Ich extrabier. Ich steh auf. Geh rüber zum Dreh. Ich ziehe mein Schwert und steche es in den Tresen rein. Und schau den Wirt ganz genau an. Das macht bitte drei Heller, sie haben meinen Tresen... Äh... Drei Heller? Drei Heller? Drei sind ein bisschen weniger. Nö, aber die Macke ausbessern. Die was? Die Macke ausbessern. Das, was der da reingesteckt hat, heißt... Die Kerben. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ich begele mich nicht vor Fleck. Ich geh zu ihnen, weil ich gesehen hab, dass da durchgeht. Ich schau von... Nostromo, bitte jetzt keinen Aufstand ansetzen. Wir wollen... Ich hatte ihn schon... Wir wissen schon, dass sie öfters hier war. Wir sind jetzt auf der Suche nach Miribam und es geht jetzt darum, dass wir Informationen herausbekommen aus... ...dem netten Herrn Wirt... ...dem wir wissen, wo sie sich aufhält. Wir wissen, dass sie sich öfters hier aufhält, aber seit knapp einem halben Jahr nicht mehr. Jetzt geht's darum, sie wohnt anscheinend in der Nähe, aber genauer, dafür brauchen wir mehr Bier. Nostromo, wie wär's, wenn du den Herrn Wirt auf ein Bier einlegst, als Entschuldigung dafür, dass du ihm Kerben in den Dresden geschlagen hast? Ich ziehe mein Schwert, ich... Also ich... Das kommt zu schwer, dass du da eigentlich habt, oder? Nein, nur so ein Stilzer-Schritt-Schichter. Aber vom Schwert? Nein, das Schwert ist nicht zu lang. Das ist ein Kurzschwert. Nicht einmal. Das ist ein V-Messer. Nein, das ist ein V-Messer. Ich ziehe mein Schwert. Ich ziehe mein V-Messer. Ich ziehe mein Schichter raus. Dann hängt es wieder an den Gürtel. Vielen Dank. Nehm meinen Geldbeutel, schau mich noch mal ganz genau in die Hand an und hol 23 Heller aus meinem Geldbeutel und leg sie und hau sie richtig auf den Zeichen drauf. Die nimmt der Wirt dann sehr schnell an sich und steckt sie in die Tasche. Vielen Dank mein Herr. Ja. Da fällt mir gerade wieder ein, ich hab sie immer aus derselben Straße, auch hier in der Nähe vom Marktplatz kommen sehen, sie hat ihr Haus, ich kann leider nicht das exakte Haus sagen, aber irgendwo ziemlich weit hinten in dieser Straße wo wir uns gerade befinden. Und wie komme ich zu dieser Straße? Indem sie aus meinem Lokal raus gehen, nach rechts abbiegen und dann sind sie, gehen sie rechts an meinem Haus, an unserem Haus vorbei und kommen an dieser Straße. Ja, wenn sie mich zu Werner hat. Ne, da hast du nicht drauf geachtet. Können wir ja beim Haus gehen nochmal. Ja. Ok. Gut. Ich bin zufrieden und bedanke mich beim Wirt. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Momentan nicht. Amt jetzt kein Bier bekommt er wird irgendwo so. Nein, wir haben ja einen Garten, den Wirt. Ja, aber ich hab ihn da zu uns gegeben. Ich hab 10 für sein Bier, 10 für mein Bier und 3. Wo? Wo ist der Bier? Ja. Schau ich in ihn. Ja, ok. Ja, dann gebt er euch. Ok. Mein Bier und Fühl ist in meiner Anbung. Meiner... Grape paper. Zu deinem Wasser oder wie? Du kannst jetzt einfach zum Tisch mitnehmen. Ich dachte, wir gehen. Nein, nein, ich geh zum Tisch. Achso, ok. Wir werden zum Tisch. Ich meine, ich kann dir nichts sagen. Aber von meiner Meinung nach. Ich nehme es einen großen Schuck und gehe zum Tisch. Alles klar. Gut. Ich sitze mich alle auf den Tisch. Gut. Habt ihr euch hingesetzt? Ja. Wir setzen uns hin. Also ich setze mich hin. Ich setze mich auch hin. Ich setze mich auch hin. Wie sitzen wir das hier? Ich bin eine Person eingefasst. Also du sitzt weit weg von mir? Ich sitze weit weg von mir. Also an der Tischseite. Sehr gut. Also wenn du da sitzt, sitze ich da. Ja perfekt. Ist das dein Tisch in der Ecke oder so ein... Es ist eine Ecke. Ich hab den Session. Aber man kann gegenüber sitzen. Du hast an der Bank an der Wand sozusagen. Sitzt du auf der Bank? Sicher. Dann hab ich in die Ecke geschaut, wenn ich in den Raum schauen kann. Dann setze ich mich auf den Session. Aber warte, bin jemand... Das ist der Tisch. Das ist so die Ecke. Dann sitzt du da oder? Na ja. Oder da. Ich sitze, wenn da die Bank ist. Ja? In der Ecke. In der Bank am Tisch. Und ich sitze halt nicht an der Ecke vom Tisch. Sondern so wie jetzt an dem Tisch. Weißt du? So am Rahmen. Also sozusagen da. Wenn das der Tisch ist. Aber auf der Seite. Also du sitzt da. Ich meine es kommt darauf an welche Ecke es ist. Aber ja. Ich sitze auch so halt. Okay. Dann sitze ich auf der Seite da. Ich sitze auch so eher am Ecke halt. Ich setze mich auf einen freien Platz. Weil mir ist wichtig wo das ist. Ich meine es soll sich immer noch hingesetzt. Wenn da. Da kommst du jetzt einfach. Da. Dann sitze ich mir. Was? Na ja. Du müsst ja seitlich vor mir sitzen. Wenn du gegenüber sitzt. Ja. Richtig. Dann versuche ich. Unter dem Tisch. dem David einen Silbertal dazu zu stecken. Ohne dass die anderen das merken. Okay. Traut mich ein. Traut mich ein. Ähm. Wenn es mir möglich ist. Dann nehme ich diesen Silbertaler an. Toll. Mach das du. Gut. Hansa muss machen. Der eine Silbertaler. Also ob du da. Und Traut mich ein. Ich gehe davon aus. Traut mich ein. Ja. Und ich nicke dir. Danke zu viel. Und. Ich nicke dir um. Ich wollte es halt nur zahlen. Weil es sozusagen Geld verdient. Ohne halt etwas zu machen. Ähm. Ich habe es gleich einmal Bier gebracht. Ähm. Und Traut mich. Und Traut mich hat halt. Die. 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 Ilai. 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 Okay. Und Traut mich gibt halt Ilai noch sein Bier. Ja. Ich habe schon eins. Er hat mich beim ersten Mal kommen. Das habe ich ja schon. Genau. Hast du nicht die 23? Habe ich schon. Super. Ich bin jetzt arm. Ja. Was glaubst du? Ich habe 1 Silbertaler. Ja. Da geht nicht alles aus. Du hast verdacht verdient, dass ich dir ein Bier gekauft habe. Ich habe ja kein Bier genommen. Ja, aber ich habe es dir gekauft. Wollte nicht, dass er ein Bier kriegt? Jetzt hast du auf jeden Fall eins. Also jetzt hat er mir noch eins gekauft. Ja. Jetzt sind wir unter dem nicht. Ja. Weil er hat es nicht mehr geändert. Das weißt du ja nicht. Also ja, ich meine, du hast ihn halt ausgegeben. Das ist aber schon. Ja. Sitzen wir weit von der Tür weg? Ja in der Ecke. Ja, ja. Aber auf der Tür zur Wandseite, oder? Also die Wand, wo die Tür ist, ist eine Wand, die in unserer Ecke zusammenkommt. Also hier ist so der Raum, ja. Ja. Du sitzt hier in der Ecke und hier kommst du, seit ihr reinkommen. Also so. Am hinterher Hände. Genau. Das heißt, wir sind ziemlich im ganzen Raum komplett. Ja. Ich hoffe, dann ist wirklich frisch auf welcher Seite der Ecke ich sitze. Ja, genau. Ich habe Informationen darüber erhalten, dass die miese Merebam, die Merebam, die oft hierher gekommen ist, aber schon seit einem halben Jahr nicht mehr hier aufgetaucht ist. Okay. Und das, wenn man, dass sie in einer Straße hier ganz in der Nähe ein Haus hat, am Ende der Straße. Das sagt, wir zu ihr gehen, oder? Das sagt, wir zu ihr gehen, oder? Das sagt, wir zu ihr gehen, oder? Das wird langsam Abend, ja. Aber es ist noch hell draußen. Dann wollen wir uns ein Zimmer mitmachen. So schnell ändern sich Meinungen von Hilfen. Ich möchte vorschlagen morgen. Ja. Das Gasthaus ist dreistöckig, oder? Also es gibt da oben die Zimmer. Okay. Wo ist die Treppe? Auf der anderen Seite. In der anderen Ecke. Okay. Also so. Genau. Okay. Nein, warte. Wenn das das Gasthaus ist, dann ist da die Tür, dann ist es da und da ist die Treppe. Ne, genau andersrum. Ihr sitzt da und da ist die Treppe. Schaut, da sitzen wir, da ist die Tür, da ist die Treppe. Okay. Zu einem Dreieck. Dann müssen wir so. Dann wird das so. Da ist wahrscheinlich der Wirt, oder? Gegenüber der Tür. Genau. Ja, doch, ja. Da gibt es einen. Wahrscheinlich zieht die Tür auf dem Dressen. Richtig. Ja, da. Ich gehe mal zum Wirt. Okay. Ich auch, aber getrennt von dem. Und ich habe mein Bier schon ausgetrunken. Okay. Also, den Zwölfen zu groß sein, Herr Wirt. Den Zwölfen zu groß sein. Haben Sie ein Zimmer frei? Ein Einzelzimmer. Bevorzugt. Wir haben leider nur noch wegen dem Fest sehr wenig Platz. Deshalb hätten wir nur noch einen Gruppenschlafsaal, der allerdings schon ziemlich ausgebucht ist. Aber es sind noch ein paar Plätze frei. Wie viele? Genügend. Ja. Ja. Hätte er irgendwie so sieben gekauft, dann hätte ich dann fünf davon gekauft. Da wird dann noch zwei für euch übrig sein. Zwei Leute hassen dich 2,3, wen willst du tauschen? Die Logik ist mittel. Habt ihr das gehört? Du nährst dich auch dem Tresen? Ja, hab ich gehört, das ist nur noch Gemeinschaft. Wie viel kostet es? Dann dreh ich um, bevor ich beim Tresen bin. Dreh wieder Richtung Tisch um. Ihr sitzt da noch, oder? Ja, ja. Fünf Fälle die Nacht würde das im Gemeinschaftsraum machen. Wolltest du das her? Wolltest du das her? Wolltest du das her? Schon? War nur Zufall. Dann denke ich mir ja, danke sehr für die Information, Herr Wirt. Gerne, oder? Kann nur noch gar nichts. Nein, nein. Danke für die Information, Herr Wirt. Und ich geh wieder zurück zum Tisch und sag ihnen, wie viel das Zimmer kostet. Beziehungsweise ein Platz im Gemeinschaftsraum. Mach das. Mach ich. Ich probiere aber zuerst beim Tisch an, gell? Ja. Und ich hab schon gehört, wie viel es kostet. Richtig. Ja. Ja. Ich geh zum Trautmann hin. Trautmann. Und sag ihnen, wo wäre, dass wir, egal, ich sag das ganz normal, dass da kein Einzelzimmer mehr frei sind. Und ich mein, Glück, in der nächsten, da werden einfach nur rechts dem Markplatz weiter probieren werde. Okay. Und nachdem ich das gesagt hab, geh ich Richtung Tür. Okay. Ich sag so in die Gruppe rein, auch wenn du schon weg bist. Dann wartest du, bis ich weg bin oder sagst du es noch hören? Also du kannst es noch hören, ich sag es einfach nachdem du es, nachdem du es sagst. Ich schlaf außerhalb. Mitten am Marktplatz. Das hab ich auch schon überlegt, durch was die Stadt wird daraus gehen. Ich schau mal in die nächsten. Dann nehm ich meine Sachen. Also drück mein Bier aus, nehm meine Sachen. Und geh. Ja. Aufzudrücken. Durch den Gruppenzwang folge ich ihnen. Hast du dir das Zimmer nicht schon gekauft? Nein, ich hab ihn nur gefragt. Okay. Kann ich nach oben gehen und schauen, was so viele Leute... Wie schlafen da schon Leute? Oben oder... Ich blicke mich in der Taverne um. Ja. Und... Ich schau mir so an, was du für Gesindel oben hinst. Aber warte, bevor ich noch rausgehe, möchte ich dann eine Aktion machen. Aber du hast Tag der Tag. Okay. Also ich... Traut mich. Ich schau mir an, ich blicke mich um und... Ich überlege, ob ich... Ich überlege, ob ich... Ich überlege, ob ich... Ich überlege, ob ich die Nacht in den Gemeinschaftsraum überhaupt verbringen möchte. Deine Entscheidung. Dann überlegst du. Nein, Leute. Ich mach das darum abhängig, welche Leute da sind. Ja. Ja, es ist generell sehr voll. Und... Es sind halt alle möglichen Leute da so. Von mehreren Kulturen. Was für Kulturen? Was für Rassen? Äh... Hauptsächlich Menschen. Aber auch vereinzelt Elfen. Und... Ab und zu ein, zwei Zwerge. Oh, Zwerge hässlich. Was? Sagt der Elf. Wirklich? Gut. Ähm... Die sollen auch gute Nasen haben, die Zwerge. Okay, dann... Dann beschließe ich, dass ich auch in die... In die Taverne reingehe. Also ich gehe auch aus der Taverne raus und suche... Elaine. Also, wie gesagt, ich bin noch nicht draußen, ja? Auf dem Weg zur Tür. Mhm. So fühle ich halt. Äh... Schaue ich mich so die Leute an, ja? Es ist ja eine Taverne, ja? Ja. Da trinkt man ja so Bier und so, ja? Richtig. Die ist ja auch so voll, die Taverne, dass... Die Leute so... So richtig voll. Ja. Seh ich ein potenzielles Opfer? Jetzt darfst du ihn, ja. Wirklich. Nein. Der Meiner? Ja, genau. Ähm... Ja, vereinzelt. Du siehst halt was, so... Du sagst mir Leute, aber ob die wirklich Geld haben, das weißt du nicht. Aber ich seh, dass sie dann Geldsack bei sich haben. Und du nicht weißt, ob sie Geld haben? Echt? Ja, aber sie können einen Geldsack haben, aber ich weiß nicht, ob Geld drin ist. Nein, der ist nicht offensichtlich sehr voll. Echt? Der ist einfach bloßer. Man merkt nicht die Hütung. Man sieht den Leuten halt nicht an, was die von den Verlangen haben. Aber ich seh ihn in den Geldsack. Das ist mir jetzt sehr wichtig. Sag einmal ja oder na. Nein, die Klamotten, die die anhaben... Ach so, so. Also, außerdem... Ja, sie haben Klamotten an, ja. Ja, aber ich... Kann zustimmen, ist es dann doch nicht. Ich weiß nicht, sie könnten in seinen Wirtelshow angeheftet haben. Ja, aber dann können die trotzdem Klamotten haben, wenn man das nicht so sieht. Also, man wird halt nicht mit seinem Geldbeutel offen rumlaufen. Also, ich seh keinen Geldbeutel. Nein. Okay, dann geh ich raus. Ah ja. Und folge dem Bein. Okay. Hast du das? Ja. Ich schau beim rausgehen, wie die Taverne hat. Mhm. Zum tänzelnden Affen. Mach hier das raus. Und dann schau ich, wie die Taverne ist, wo ich hingehe. Äh, zum stinkenden... Leopard. Und wie ich zu der Gasse stehe von den beiden Tavernen? Ist die so dazwischen oder von hinten? Nein, ich geh eigentlich nach rechts der Gase. Welche Gasse meinst du jetzt? Die, wo die Magerin ist. Ja. Also, hier ist das Gasthaus und dann auf der Seite... Also, ihr seid ja auf dem Marktplatz, einfach auf dem Platz so. Ja. Nicht allzu weit weg. Ja, richtig. Okay. Wie ist es nochmal? Hm? Wie siehst du nochmal irgendwas Leoparden? Zum stinkenden Leoparden. Ne, ich begeb mich halt zu Tinnung, will halt reingehen. Okay, dann geh rein. Richtung wir. Gut. Ich geh den Weg, den wir gekommen sind. Äh, auch so. Aber ich geh zum Auslanderschlag. Okay. Also, ich folge ihr und verkaufen wir jetzt. Also... Ich bin da ganz eingelang. Ja, ich folge ihr halt zu dir jetzt. Okay. Und David, was machst du? Ja, David! Jetzt hättest du früher gesagt, dann hättest du... Naja. Jetzt bist du jetzt umgefallen. Nein. Schaden. Ja. Du bist dran. Na? Wo ist das drum? Nur was drum? Ja, was willst du tun? Ja, weiter. Also, er ist zum ersten Reingang hier zum nächsten. Ja, ich will es auch. Er will auch gerade reingehen. Okay. Du bist Richtung Stopp. Nein, stopp! Halt! Ich binde mein Pferd ab und bin da drüben. Ja, das mach. Also, ich nehme mein Pferd ab. Okay. Die ganze Sache, die ich halt jetzt noch mehr habe, aber weiß nicht mehr, ob ihr das ausgibt. Die ganze Zone. Ja, die ganze Zone. Ja. Also, ich gebe meine Sachen wieder auf dem Lebensmittag. Fangen wir bei dir an. Was möchtest du? Ja, okay. Aber ich geh zum Wittin. Mit den Zwölfen zum Gruße. Zum Gruße. Mit den Zwölfen zum Gruße. Haben sie noch ein Einzelzimmer frei? Tut mir leid, wir sind ausgebucht. Wie schon zum Gemeinsatzraum hast? Komplett. Okay. Wahrscheinlich genauso wie alle anderen Tavernien hier in der Nähe. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Also, können sie noch irgendwas zum Trinken anbieten, dass ich mitnehmen kann, also in einem Gruß, den sie nicht verbrauchen? Ich könnte höchstens ihren Wasserbeutel auffüllen, falls sie einen dabei haben. Ich meine, ich habe den ganzen Tag nichts getrunken. Auf dem Weg wirst du bestimmt mal getrunken haben, ja. Ja, okay. Dann reiche ich ihm den Wasserbeutel und sage ihm, ja, bitte mit Wasser auffüllen. Er geht dann halt nach hinten und füllt deinen Beutel wieder auf. Bitteschön. Wie viel kostet das? Also, das mache ich Ihnen kostenlos. Vielen Dank. Nein, nein, das kann ich dann nicht machen. Wie viel kostet das? Gut, dann geben Sie mir 10, Luca. Nein, Spaß. Ich schieße die Tür raus. Okay, wenn Sie sich nicht überzeugen lassen, dann geben Sie mir ruhig einen Heller. Perfekt, dann gebe ich Ihnen einen Heller. Vielen Dank, meine Dame. Meine Dame. Ich habe meine Kaputze offen, ich lasse nicht zu retten. Aber ich nehme an, ich habe das auch gehört, oder? Ja, du bist, du läufst halt hinterher. Ich gehe wieder raus. Gut. Okay. Dann gehe ich auch wieder raus. Ich sehe wieder keinen Aufbau, oder? Äh, nein. Ähnlich wie bei mir. Hast du hier schon mal in den Spiegel geschaut? So bezüglich der Aufbau? Ich kriege das zum Gehäuse, ich bitte schauen. Ich gehe weiter Richtung Stockton. Ich gehe zu der vorherigen Verberne. Okay. Ist er schon zu weit weg, dass ich ihn gehen sehe? Ja. Kann ich schon nicht damit. Ja, okay. Also, ja. Ich bin vorne raus, ich habe mich nicht bekommen. Also, ich gehe ein bisschen schnell. Aber dich zu habe ich schon gesehen, weil ich mich umgedreht habe. Richtig. Okay. Dann zeige ich ihm. Oder du hast ihn gehört, oder? Weiß. Das, das, was ich mit dem Wirt geredet habe. Ja. Habe ich das gehört? Ja. Ach so. Dann zeige ich ihm. Nein, nein. Hey, ihr seid halt nacheinander da reingegangen. Dann gehe ich doch einfach so zu dir. Alles klar. Ja, ich gehe zu deinem anderen Gasthaus und wieder zum Gehäuse. Ja. Ich habe vor ein Zimmer zu mir, beziehungsweise einen Platz im Gemeinschaftsraum. Gerne. Würde dein 5 Heller und die Nacht kosten. Sehr gerne. Ja, okay. Könnte ich auch noch machen. Ich bin froh, dass ich auf dem Gewuchs bin. Ja, 5 Heller, das sind äh... Wo ist er jetzt hin? In das Erbautenhandel. 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 26... 5. Genau. Also, mit ihm jetzt... Ja, ja. Ja, genau. Ja, genau. Dann... Also, 0,5 für Hilfe zu finden. Soll ich ja zuerst oder soll ich wieder... Ja, 0,5 wäre es. Ja, 0,5 wäre es. Ey, auch noch was wäre. Markus. Markus macht durch. Ja. 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 Ich gehe wieder möglichst unauffällig durch die Stadt. Also, ich... Spuckt. Ich finde das nicht oft gefällt. Ich bin immer fällig am Spucken. Super. Und... Ich sehe mich... Also, beim Rausgehen halt in... Um, ob irgendwo in der Nähe von der... Also, ist eigentlich gleich die Stadtmauer dran oder ist ein Burgkram oder irgendwas? Nein. Es ist eine gut befestigte Stadt. Nein. Aber es ist nicht nur wichtig. Ist er wirklich ein Burgkram drumherum oder ist er auch eine starke Mauer und dann gleich anfangen zu verändern. Ja. Dann schaue ich mich in der Nähe von der Mauer rum, ob irgendwo gute Plätze sind zum Überraschen oder ob irgendwo vielleicht einen Bach erleben müssen. So geht weg der Junge. Nein. Nein. Das ist ein Bach. Ich glaube, das ist ein... Ja, stimmt. Der ist ein Andergast. Ja. Richtig. Hast recht. Irgendwo da... Wollte nur ein Nein sagen. Nein. Ich meine, du kannst gerne sagen, du hast kein Bach. Doch, doch. Also, Andergast ist halt umgeben von Wiese und was dann in den Wald übergeht. Und in der Nähe von Andergast ist ein Fluss vorbei. Nein. Ähm, sehe ich den Fluss, wenn ich aus dem Tor normal rausgehen kann. Ja, tschau. Der fließt über das Wiesnfeld, also das Dreisfeld, aber der ist viel Busch. Cool. Dann, ähm, dann bleibe ich trotzdem in der Nähe vom Tor, also gehe vielleicht, ähm, wie? Ähm, wie? Ähm, auf Fuß? Nein. Gehe ein bisschen... Ach, schritt. Gehe ein bisschen weg, sodass mal, du wirst mich die Wachen vom Haupttor eigentlich nicht mehr sehen, also nicht mehr, äh, nicht zu sehen, aber dass ich noch halbwegs sehe auf den Heimgang raus. Okay. Und stelle mein, äh, bringe mein Pferd an, äh, äh, lassen Pferd da und bohre mein Zelt auf und so. So. No. Erstmal. Also machen wir jetzt mal eine Pause, oder wie? Genau, das wollte ich auch sagen. Ja. Ja. Ja.